stehe ja mit im leben interessiere mich für alles mögliche und jetzt habe ich mitgekriegt heiter nein noch einmal biotechnologie hat die scheiße hart was da alles gibt wenn mal gespannt hey bei uns hat es wahrscheinlich diese mordet aber gange mal machen wir einen ausflug in eine größere stadt guge mal da so was da mal in so ein bioladenei und gucke mal ob die hause biotechnologie produkte hin was könnte sein biologischer schraubenschlüssel und schraubenzieher und vielleicht ja biologische schrauben ha denk mal die heber die ja und danach kochen heißen also das ist ja sagenhaft was da alles gibt da kann nehmen beschehen maus fertig